Wenn es nötig ist, rennen wir morgen 20 Kilometer mehr, weil wir haben, wie gesagt, ein großes Ziel, einen großen Traum. Das ist die Art und Weise, wie wir überhaupt hier sind. Wir haben jetzt vorhin einmal kurz über Favoriten gesprochen. Ich glaube, wenn wir jetzt nach Favoriten gegangen wären, dann wären wir nicht hier, sondern wir sind hier, weil wir viele Dinge gut gemacht haben. Und das war ein Teil des Erfolgs, dass wir es letzte Woche geschafft haben, dann diese Intensität auf den Platz zu bekommen. Und wir werden sehen, welche Geschichte das Spiel morgen schreibt, aber wir sind bereit für alles. Wir haben ein gutes Spiel gezeigt letzte Woche, das uns dann diese kleine Führung gegeben hat, mit der wir morgen ins Spiel gehen. Wir haben aber auch gemerkt, wie schnell so eine Führung einfach davongleiten kann. Das innerhalb von wenigen Sekunden, wenigen Minuten. Sie haben, glaube ich, gegen Barcelona innerhalb von wenigen Minuten sofort zwei Tore erzielt. Trotzdem haben wir aus diesem Spiel sehr viel Positives auch mitnehmen können. Aber wir haben es auch sofort gesagt, dass es wahrscheinlich nicht reichen wird, mit dieser Leistung letzte Woche Mittwoch ins Finale einzuziehen. Wir wollen es gemeinsam machen. Das aber natürlich mit einem guten Plan, mit einer guten Idee. Es gab eine Szene, die uns nicht so gefallen hat. Da sind wir zu viert auf Kilian Mbappé gestürzt und dann waren Ousmane Dembele und die anderen Jungs umherum frei. Also so wird es halt nicht funktionieren. Es gibt genug Sachen, die wir morgen besser machen müssen, wenn wir das hinkriegen, diesen Mix, diese richtige Balance zu finden. Wie wir es jetzt nicht nur in dem Spiel geschafft haben, wie wir es vor einigen Wochen in München geschafft haben, wie wir es in St. James Park geschafft haben, in Newcastle beim schweren Auswärtsspiel, wie wir es am San Siro geschafft haben, Milan mit einem schweren Auswärtsspiel. Da haben wir so viele gute Dinge gemacht in dieser Saison. Deshalb wäre es schade, damit aufzuhören. Wenn wir jetzt einmal schon mal hier sind, machen wir es noch mal besser und wir wollen uns dieses Ticket verdienen. Und deshalb sind wir hier und das werden wir morgen dann alle gemeinsam in Angriff nehmen.